Moin Leute! Willkommen zurück bei Toys Revier. Heute schauen wir Leonardo and Fun Funko Pop Teenage Ninja Turtles. Kannst du auch gut auslesen und starten wir gerade. Ist schon aufgegangen, weil es scheint. Hier steht noch Nickelodeon. Hier auch. Sie haben das gemacht. Pop Retro Toys. Teenage Mutant Ninja Turtles. Es ist die Nummer 16. Da ist Leonardo geschrieben. Da auch ein Bild von ihm. Der Hintergrund. Es geht fast auf. Da können wir Leonardo sammeln. Er ist der erste. Dann Donatello. Michelangelo. Ich kann es nicht aussprechen. Mir ist egal. Raphael. Raphael, glaube ich. Und Casey Jones. Und hier darf ich mich machen. Er ist 20 gewesen. 20 Franken war er. Ich muss die Kamera schon fangen lassen. Nur zu sagen, ich hatte es auch mit meiner Hand. Kann das stehen? Ja. Hier haben wir Leonardo von Teenage Mutant Ninja Turtles. Endlich. Und so. Er ist der Blaue. Er ist natürlich mein Lieblings. Weil Blau. Sein Dächeln. Seine Schwerter. Nehmen sich auch ein bisschen aus wie Katanas. Er hat seine zwei Zehen. Überall. Hier. Und hier. Kann er seine Schwerter oder Katanas rein tun. Er hat solche, dass er sich, wenn er es so macht, sich verschützt. Hier. Und bei den Knien hat er es auch. Und er hat das hier, damit er es tragen kann überhaupt. Ja. Und das wäre es. Und das wäre es. Als nächstes kommt. Sieh Daniel. Von Tescu. Und bitte liked und abonniert. Und ich sehe uns das nächste Mal. Tschüss.